Man konnte lesen, dass es für Frauen Alltag ist, von Männern sexuell belästigt zu werden. Ist das so? Der Typ, der Kellner hat um mir, als ich die Rechnung bezahle, in die Wange knallt. 21! Der Typ, der mit seinem Auto an mir vorbeifährt und fragt, wie viel ich koste. 19! Hey! Hey! Hallo Schönheit! Hallo Schönheit? Das fühlt sich immer noch nicht so toll an. Sie ändern nur die Lichtung. Wegen dir! Du gehst dann extra gerade, extra aufrecht. Die können nicht alle mal. Gehst umgekehrt, weg in die Straßenseite. Und irgendwann rennst du oder drehst dich um und fass. Hast du ein Problem? Ja, so fühlt sich das dann etwa an. Go! Dann muss ich hinter mir immer das Klicken der Tür hören. Weil wenn ich sie schon loslasse, ist sie immer noch offen. Und ich habe diese Vorstellung, dass einer seine Fuß im letzten Moment dazwischen schiebt. Das ist mein Tick. Dass ich hören muss, wie es Klick macht. Ist das Handy mindestens 50 Prozent aufgeladen? Ja! Schlüssel eingesteckt, damit wir nicht ewig nach draußen bleiben müssen. Ja! Und ist der Schlüsselanhänger mit dem Security Alarm dabei? Ja! Kasche gepackt! Hast du durchgecheckt? Ja! Alles gepackt? Ja! 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 G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g! Wir müssen Störungen in Ihre Systeme reinbringen! Dreck von Ordnung! Ja! Bevor die halt am meisten Angst haben! Ja! Keine Schafe! Weitere Mobile-Bogen-get-durk-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-got!